ja da ist halt ein renn-unfall meinte das als joke weil ich muss witze über meine leistung morgen na ja ja klar ja klar einfach komplett basic squads wir würden zehn gold coins dann könnte ich mir einkaufen ich habe mir schon ein von diesen normalen von diesem reputation erspielt und zwar das waren die gold coins irgendwie aber abgesehen von dem playstation plus pack muss halt kaufen enemy sport geht erst mal kaufen dass ich nicht offenbart werden kann man dass das die waffen weg sei mit der hand das ist neu map ok dabei habe ich noch nicht gespürt ok diese map ist ganz geil ok aber wir greifen an wo gehen wir hin a oder b die gehen b verteidigen auf jeden fall also zumindest teilweise hier in der mitte bei mir ist der dog von denen ich habe einen gedauert der randy klappt mir einen kill kill ihn ich bin unter! Allspark ist eliminiert! Great work! 3 kills, easy stark, bei mir ist einfach nichts connected, alter guter Start, alter wollen wir erstmal gleich Waffe kaufen bei dem Ballern ja, hier auch und direkt upgraden guck mal! ja, das geht das ist ehrlich wild, digga ich muss eigentlich auch mal wieder Dima spielen, Junge ich hab den so lange nicht gespielt, alter was hab ich denn jetzt für ne komische Bombe, alter ach, ich hab die Bombe oh, das ist dein Item ja, ne, das ist die Bombe ach so, du meinst diese Granate, die er werfen kann ne, ne, die kenn ich ja, das ist ja mit L1 und R1 so, Mitte ok, geht auf A, A ist klar dann komm ich da mal hin schön, wenn man einen wieder komplett reinscheißt ja, ich spüle die Stütz-Augen hier soll ich mich zur A kommen, oder? ja, klar, digga, meine Sensi ist zum Glück nicht irgendwie total hier um die Ecke hapse, 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 hapse ja, perfekt, perfekt, perfekt hinter dir, hinter dir oooh das ist unser Mate, alter der hat aber grad nochmal ich, äh, defuse ich, äh, defuse der Plantis hinter uns, hinter uns wo war der jetzt denn? da war der, okay hey ehre, jungs, ihr spielt grad echt gut schön, dass ihr mich carried junge, bin grad grad gar nicht in, 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 ähm, Dings drin, alter ja ak, schön, höchster Level easy ah, Delis ist doch einfach geil, digga den hab ich auf Stufe 3, oder so, ha I'll take that I take that so ja, was machen wir mit den zwei anderen Videos, alter das ist so belastend ja, man nachsprechen ist bescheiden ja ja müssen wir auf B gehen oder? ok, wieder A nee, Mitte erstmal wir sind ah einer hab ich gedowned ja da hinten war noch einer, ne schmeiß mal ne Granate hin ja, wichtig ja, wichtig ja, wichtig die fotze ich irgendwo noch ne natürlich ist die Bombe bei unserem einen Mate der nicht hier ist na und wir laufen aber sonst wärs ja auch einfach zu 45 Sekunden remaining all enemies have been eliminated das hat ein dick gemacht ok, doch shit jetzt sind einfach in die Ecke gecampt ok finally hab ich auch mal ein paar kills gemacht, alter Schwede ey da kann ich jetzt meine Waffe auch endlich mal auf Max machen ich spare meine Rüstung auch Rüstung auch Rüstung scheinen wieder zu dritt Richtung B zu gehen oder zumindest zu zweit so wie eben das hat ganz gut geklappt eigentlich vom Ding her ah ich kann meine Rüstung man kann die jetzt reparieren ich hab die Bombe ok war nicht hier direkt hinterm Tisch eine alter ist das schlecht von mir aber das war Maximum ähm peinlich scheiß fotze da sorry wow der hat ja so kassiert von mir ich flank den hat Hits kommt zu dir Zappo easy sauber Zappo so wild jung ich hatte grad so verschwesst nen fight gegen nen Dima alter komplett nur rumgesprungen so rüstung so rüstung so rüstung oh ich bin wieder auf P1 Junge so komplette Waffe aufgerüstet ausgerüstet ausgerüstet so die gehen wir jetzt in dritt Richtung B Der eine ist low, der eine ist low. Granate, Granate, Granate. Hast du, das ist schön. Der eine war noch da hinten. Der eine ist auch gedaunt, sehr schön. Der ist auch weg. Haben wir hier die Bombe? Wettbombe. Ja, ich plant eben hier neckel. Bombs active, don't let them disarm it. Mit ner Granate. Das ist einer der da hinten. All enemies have been eliminated. Okay. Let's go. Five fucking null. Wir haben keine Schnitte. Okay. Absolut mit einem 6-0 in die Pause sagt ihr? Ja. Ich hab alle bis auf einen Perk gekauft. Ha. Nice. Und das wichtigste hab ich irgendwie nicht gekauft. So allein der wichtigsten Revive teammates faster. Okay. Let's go. Die lassen sich da aber auch echt schön wegfahren, ne? So jetzt halt die shotgun. Oh. Jetzt gehen die alle B. Okay. Oh fuck, ich bin gedaunt, ich bin gedaunt. Von ner Granate. Seppo? 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 Oh der. Ich bin auch da an. Boah. Oh. Okay, Pupgun ist nicht so. Ah fuck. Ich hab Auswind nachgeladen, was? Die ist hinter euch, hinter euch, hinter euch. Ich lade einfach nach, what the fuck. Da ist natürlich klar, dass du mich holt, ne? Mein erster Tod jetzt. Oh man, man geil, jetzt kann ich nicht eine Runde Sniper spielen. Scheiße. Was? Was so? Außer Höhe verlieren. Zuckerpuppe. Zwei Zuckerpuppen. Er fällt dir einfach drauf, selbst du gehörst den Lappen und dreht er sich weg. Tja. Absolut verdient von dem Moment. Tja. 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 ich mache ein kill mit der wurfaxe die sind schon da der hat mich gedauert nice, kein shot geht rein, zwei hier in der ecke, dog und die nutte ich kann doch noch sniper spielen aber wie sind die so schnell auf onsite? das war bei uns gerade genauso ja, aber bruder, die waren instant auf dem site die haben mich so von hinten überrascht, weil ich nicht dachte, dass die schon da sein können ja, die haben die zipline benutzt, die ganz rechts außen ist ganz rechts außen? ja, bei B bei B, wenn du angreifst rechts außen von uns aus links wusste gar nicht, dass eine ist, Leute bescheiden bei mir ist aber auch nichts reingegangen, alter nein, es reicht nicht für die sniper oh, das ist jetzt kritisch jungs, wir müssen noch ne Runde verlieren mir fehlt 500 ja, komm, wir verlieren noch ne Runde sag dir's net wie war das mit deinem Wurf-Ax-Kill? ja, pass auf ich mach diese Runde ein soll ich auch holen? so ah, die gehen wieder auf B der Typ, der da nicht hingeht, ist echt ein Vollidiot was, wie? ok, A von rechts na? ah, ok, lol ok, Bombe wird geplantet da hinter er geht halt er geht halt auf den Secure anstatt er ist so Kill Girl, ne? ja oh mein Gott, hab's been down er ist tot ah, unser Mate ist gar nicht so kacke aber ich schaff den Diffuse nicht mehr doch wird angehalten, wenn man Diffuse, das ist ein bisschen schwul so komm ja easy äh Digga, Zepski lief das eben weiter beim Diffusen ja oh lord, heute ist gepatcht, sehr wild war aber knapp alles klar Racing Specs, du packst einfach hier komplett drum nein natürlich bin ich letzter, komm Jungs, das Match war doch wild, darauf direkt noch eins natürlich ja 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 ich ja ja Untertitelung des ZDF, 2020